Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gamedev Tycoon. Genau, Tycoon natürlich bei uns, bei uns, unserer kleinen Firma Haubi Games. Ja, wir haben am letzten Mal der X-Rebirth an den Start gebracht. Hat so ganz gut eingeschlagen eigentlich. Hier ist unsere tapfere Truppe. Ein paar sind ja noch mit Forschung beschäftigt. Ja, allerdings sehen wir auch schon, der monatliche Income deckt bei weitem nicht mehr die Kosten, die wir haben. Heißt, es wird Zeit für ein neues Spiel. Definitiv. So, X-Rebirth hat 3 Millionen gebracht. Das ist ja nicht schlecht. Also, keine Müdigkeit vorschützen. Halt, Moment, Stopp. Nachfolger entwickeln. Genau, Fortsetzung. Und zwar... Ähm... Ne, ne, ne. Ich habe was ganz Bestimmtes am Auge hier nämlich. Genau. Urma 1. Da kam ja auch der Kommentar von... Josef war, glaube ich, der Name. Du könntest da mal eine Nachfolger entwickeln. Ja, es ist eine gute Idee. Den nennen wir dann Urma 2. Ne, Mittel für alle Militär-Action-Plattformen ist jetzt die Frage. Action, Action, Action. Ja, die Master Wii, mit Sicherheit nicht. Dafür werden wir kein Spiel mehr machen, denke ich. Das macht einfach keinen Sinn. Der PC ist jetzt unbedingt nicht prädestiniert dafür. Ich würde sagen, wir probieren mal die Play-System aus. Jawohl. Die Play-System. Spiel-Engine machen wir die Haube 4. Und ab geht's natürlich wieder mit unserer tollen V2-3D-Grafik. Ja, man könnte natürlich auch jetzt die neue Engine upgraden. Allerdings... Ähm... Ja, ich glaube, wir haben noch nicht so viele Features, als dass sich das lohnt. Da hat Geseser auch einen Kommentar geschrieben, ne? Wir machen nicht wenigstens jedem neuen Upgrade eine eigene Engine. Das ist viel zu teuer. Hat er recht? Hat er absolut recht? Ähm... Jetzt ist die Frage. Wir haben hier Action Militär. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dass das Gameplay wichtig ist. So. Da haben wir alles drin. Genau, was die Engine hergibt. Das läuft. Das ist die Frage. Wer macht was? Gameplay. Design. Macht der Paul Reed, unser Calimero. Story Quest. Lassen wir mal. Hm. Ja, lassen wir einen Haubi machen. Okay, und die Loretta macht natürlich hier, ne? Mal wieder die Engine. Also alter Technik-Freak. Genau, Stage 1 complete. Und die saufen schon wieder Kaffee, die Zweierrschaften. Meine Herren. Unproduktives Volke, echt. Oh, schau doch mal die Punkte an. Für die erste Stage ist das ja richtig gut. Liegt das jetzt daran, dass wir die richtigen Einstellungen haben? Oder liegt das daran, dass das ein Nachfolger ist? Ich weiß es nicht. Level Design. Action Militär. KI ist wichtig. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du ein Actionspiel hast. Und die KI ist so sauselten dem Licht, dass die gesamte Spielmechanik, wie Deckungssystem und so weiter nicht völlig überflüssig ist. Deswegen ist die KI, denke ich, schon wichtig. Ich denke, dass das Level Design wahrscheinlich auch wichtiger als die Dialoge. Ja, dann packen wir aber nochmal unseren Designer rein. Und zwar Paul Reed und die Dialoge. Ja, dann ist Paul Reed überlastet, wenn wir das so machen. Okay, dann lassen wir das ein Haube machen. Genau, dann macht die letzte Stage. Design-Technisch-Standard David Rossmann, unser neuer Kollege. So, wir vergessen nicht, Marketing zu machen, gell? Ja, 50.000. Müssen wir erreichen. Oh, wobei, das hat jetzt nicht allzu viel gebracht, habe ich den Eindruck. Ne. Ja, es steigt aber nach wie vor. Vielleicht bin ich bloß zu ungeduldig. Grafik ist wichtig. Jawohl. Sound, Spielwelt, ja. So, also, David Rossmann. Ja, dann ist keiner ausgelastet. Ich glaube, das passt. Hat Jane Lean dann überhaupt irgendwas gemacht? Ne, null, ne? Die hat nichts gemacht. Ach komm, dann hast du ja auch ein bisschen was gemacht, gell? Dann warst du auch beteiligt. So ist ja nicht dumm sterben, um Gottes Willen. Wer möchte das? Ja, ich denke, das können wir so lassen. Komm, dann hauen wir nochmal eine Werbung raus. Machen wir mal hier. Zeitschriften und Demos. Also nochmal 150.000. Heißt, wir haben 200.000 rausgehaut für Marketing. Ach, ich habe es zu einem saublöden Zeitpunkt gewählt. Weil jetzt kommt die G3. Genau, jetzt kommt die G3. Klasse. Ach. Genau zu einem unmöglichen Zeitpunkt kommt es. Wobei, ich könnte jetzt noch warten. Komm, wir nehmen die G3 noch mit. Da sind ja noch Bugs drin und alles. Jetzt hoffe ich bloß, dass der Hype nicht runter geht. Komm, G3, G3. Bleib bei 35, bleib bei 35. Jawohl. Wir haben es erfolgreich ausgesessen. Sehr schön. Viele, viele Besucher bei uns. Bitte, bitte. So ein neues Megaspiel. Urma 3. Äh, Urma 3, sag ich schon. Urma 2 natürlich. G3. Ei, 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 ei. 162.000. Ach ja, ist doch nicht schlecht. Wir haben es wieder nicht nur die Top 100 geschafft. Dafür ist der Stand wahrscheinlich zu klein. Ah, jetzt haben wir 133 Hype, ne? Back weg. Und raus damit. Oh, da sind ein paar Urlaubsreifer, habe ich gesehen. Neue Rekorde. Gutes Management. Moment, naja, mei. Wenn man das so nennen kann. Das sieht doch sehr schön aus. Jede Menge neues Zeug freigeschaltet. Heißt, wir haben wieder was zu forschen. Oh, Gehaltserhöhung. Nicht gut. Nicht gut? Ja, dann raus damit. Naja. Nochmal 13.000 mehr. Ach Gott. Und Loretta kann jetzt auch Spezialtraining bekommen. Genau, Videogames, Easter Eggs, KI-Gefährten. Was ist jetzt los? Oh. Renovierung des Büros. Paul Reed, Calimero möchte neue Computersysteme haben. Hm. Ja, okay. Ich habe gedacht, ich kriege ein neues Büro. Oh, jetzt alle Flachbildschirme und so. Ja, nicht schlecht. Nobelgeld geht die Welt zugrunde hier, wa? So, Spielbericht. Ab in den Urlaub. Jetzt wollen wir was sehen. Habe es da, wie lange ihr spielt. Sehr schön. Action und Spiele funktionieren gut auf Playsystem. Militär und Action. Sehr gut. Kombo. Das wird ein würdiger Nachfolger, denke ich. Sehr gut. Eine glatte Acht. Jawohl. Das gibt Geld. Das gibt Geld. So, pass auf. Forschung. Du machst die... Die KI-Gefährten. Boah, 120.000 kostet der Spaß. Alter. Das glaube ich ja gar nicht. Du machst die Easter Eggs. Sowas ist immer lustig. So kleine Easter Eggs. Was ist jetzt los? G3 Training. Hallo, Hobby Games. Nachdem die G3 der größte hellliche Treffpunkt für Spielentwickler geworden ist, haben wir uns entschieden, unseren Ruf für eine höhere Sache einzusetzen. Ab heute bieten wir das ganze Jahr über verschiedene Spielentwicklungswettbewerbe an, bei denen sich Spielentwickler aus der ganzen Welt miteinander messen können. Dies wird eine tolle Möglichkeit für die Spielentwickler, etwas dazuzulernen. Sie sind herzlich eingeladen, jederzeit mitzumachen. Jederzeit? Okay. Es gibt keine Preise? Na, wer hätte es gedacht. Aber es ist eine tolle Chance für alle unsere Fähigkeiten auszubauen. Okay. G3 Training. Das klingt ja spannend. Kostet bestimmt wieder Forschungspunkte ohne Ende. So, was kommt jetzt wieder raus? Der Tag, auf den viele Fans von Wiener lange gewartet haben, ist gekommen, denn Wiener kündigt seine nächste Konsolengeneration an, die Dreamvast. Mhm. Die Dreamvast ist ein wahrgewordener Traum. Diese Konsole ist die fortschrittlichste Spielkonsole der Geschichte. Ja, sieht auch irgendwie spacig aus hier, ne? So, dieser Controller. Nicht schlecht. Hat eine leistungsstarke Grafik. Hardware. Was kann mit der allerbesten PC-Quali aufnehmen? Das glaube ich nicht. Der PC ist immer noch über, Freunde. Oh, das Ding hat sogar ein Modem. Schau an. Anfang nächstes Jahr kommt das Ding. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ja, wir verdienen ordentlich Geld. Rang 8. Nummer 2. Das ist doch okay. Neue Forschung. Ui, jetzt wird es interessant. Große Spiele. Äh, wieso kommt das jetzt? Was haben wir jetzt freigeschaltet, dass jetzt große Spiele kommen? Liegt das am Geld? Ich glaube keine Ahnung. Liegt das an den Fans? Oder was war jetzt da der Impulsgeber dafür? Okay, also Level-Design ist sehr wichtig. Und was wissen wir noch? Damien Trossmann. Der Trosse ist immer noch neu. Ja, ja, das wissen wir auch so. Jetzt wird es aber, glaube ich, seit... Große Spiele. Komm, das machen wir auch noch. 300.000 kostet das. Alter. Könnt ihr in der Zwischenzeit mal eine Auftragsarbeit machen vielleicht? Dass einfach ein bisschen Geld reinkommt. Oh, schaffen die das zu viert? Sechs Wochen? Schaffen die, oder? Ja, das schafft ihr, Freunde. Ihr seid gut. Ihr seid eine tapfere Truppe. Wenn ihr das nicht schafft, wer dann? Ja, ja. Könnte vielleicht. Ja, es könnte knapp werden. Mach hin jetzt. Ja, aber nie gefährdet's. Nie gefährdet's. Natürlich. Oh Gott. Hilfe. So, jetzt aber. Neue Engine, würde ich sagen, oder? 3D. Ne, Lieder an der Erzählung haben wir ja ausgenommen. Dialoge haben wir auch raus. Easter Eggs, KI-Gefährten. Das sind drei Features. Und darf er 360.000 ausgeben? Drei neue Features. Hmm. Lohnt sich das? Für drei Features? 630? Ne. 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 Ne, muss nicht sein. Wir hauen lieber nochmal eine Fortsetzung raus. Und zwar von Space Quest. Genau. Space Quest wollen wir nochmal machen. Und zwar heißt es dann Space West. Ja, genau. Nein, natürlich nicht Space West. Das wäre ja schwierig. Space Quest 2. Sollen wir es groß machen? 1,5 Millionen. Oh mein Gott. Ah, die Kombination ist nur okay. Okay. Weltraum Abenteuer ist nur okay. Abenteuer ist für den PC gut. Nehmen wir die Haube 4. Ja komm, probieren wir es. Es gibt auf jeden Fall nochmal Geld. Und dann hauen wir vielleicht als nächstes ein großes Spiel raus. So, auf geht's Freunde der Nacht. Ah, jetzt kommen nur ganz wenig Punkte, ne. Vor der ersten Stage. Gameplay ist nicht wichtig. Finde ich auch sehr spannend, dass das überhaupt nicht wichtig ist für Abenteuer. Gameplay. So, Gameplay ist nicht wichtig. Also dann brauchen wir auch keine Charakterentwicklung, ne. Weil es ist ja übrig. So, Request, Zwischensequenzen, das hauen wir mit rein. So, wer tut was? Story Quest, Designer. Da hauen wir den Kollege rein. Paul Reed. Gameplay. Engine brauchen wir Techniker. Loretta, genau. Wisst ihr was? Lassen wir mal die gute Jane ein bisschen was machen. Die hat immer so wenig gemacht in letzter Zeit. Deswegen machen wir das mal so. Wollen wir die Engine auch reduzieren? Ja, das probieren wir einfach mal. So, auf geht's. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, haut's mal gleich die Bugs um die Ohren. Sehr anständig von euch. Presseanfrage. Was ist jetzt wieder los? Ich bin Gary White von Gamers. Oh, Gamers ist ja einer, der immer so die Rezensionen macht, ne. Die Reviews. Er hat gehört, dass wir ein neues Spiel machen. Sollen wir ein Interview geben? Na klar. Glauben sie, das Spiel wird angenommen? Na klar, freilich. Logisch. Was denkst du denn? Gleich mal hier Hype machen, ne. Große Versprechungen. Ja, das finde ich immer gut. Einfach mal das Maul aufreißen. Selbst wenn es die größte Krücke wird. So, Intellenz ist nie wichtig. Verbesserte Intellenz. So. Level Design. Hauen wir die Dialoge mal hoch. Und Level Design auf Medium. Einfach mal so, um ein bisschen zu experimentieren. So. Urma 2 ist vom Markt genommen. 4,8 Billionen. Sehr geil. Danke. Er mit der Kohle. Gebt mir euer Geld. Was? Chef, ich habe herausgefunden, dass einige unserer treuen Fans ein Fanspiel von X-Rebirth entwickelt haben. Ah ja. Sie haben sehr viel Material aus unserem Spiel benutzt. Sie verdienen damit kein Geld und machen das nur als Fanprojekt quasi. Sollen wir sie stoppen mit dem Rechtsanwalt? Nee. Ach. Sollen sie doch ihren Spaß haben, du. Nee, nee. Die lassen wir in Ruhe. Das ist schon okay. Also ob wir es nötig hätten, ne. Außerdem wollen wir uns unsere Fans nicht vergraulen. Das wäre, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann. Dass wir uns die Fans vergraulen. Das wollen wir auf keinen Fall. So. Jetzt habe ich bei der zweiten Stage gar nicht geschaut, wer was tut, oder? Mein Gott. Ei, 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 ei. Folge entwickelt, das verstehe ich nicht. Hallo, ich bin Denise Reed, Chefentwicklung des Fangames von X-Rebirth. Ach, sie hat das mitgekriegt. Schon wieder der Maulwurf bei uns, ne. Der so intern aus ausplaudert. Sie hat das mitgekriegt, dass wir gesagt haben, wir tun nichts dagegen. Das ist okay. Und sie ist sehr dankbar dafür. Ah, ja. Hobby Games ist das beste Unternehmen der Welt. Und sie ist stolz, an Teil der Fangemeinschaft zu sein. Das freut mich. Oh, gleich mal hier fast 11.000 neue Fans. Jawohl. Danke. Nicht schlecht. Ja, macht mal die Bugs noch bitte weg, gell. Danke euch. Oh, das Verhältnis passt aber irgendwie nicht, gell. Design, Technik. Hm. Und keine neuen Rekorde. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so der Hit werden. Schätze ich jetzt mal. Schätze, das wird gar nicht so der Burner werden, das Spiel. Aber gut, wir wollten ja dann eh ein neues machen. Ein neues, großes, ne. Da könnten wir wieder Zoom City machen. Ach, bei einem gibt es Gehaltserhöhung. Das ist ja wieder gemein. David Drossman. Ja, okay, das ist ja der Billige, ne. Ist ja nicht so schlimm. Soundtrack können wir jetzt forschen. Jawohl. So, pass auf. Dann machst du gleich mal hier eine kleine Forschung. Video Wiedergabe von der Engine. Und du machst auch eine Forschung. Und zwar Soundtrack. Und du machst dann Spielbericht. Space Quest. Und du, mein Freund, trainierst. G3 Training. Das sieht ja echt spannend aus. Üben, üben, üben. Kostet 10 Forschungspunkte. Und kostet auch ein bisschen mehr Geld. Die Bücher sind doch schon ein wenig billiger, gell. Pixel Cup. Code Jam. Er ist Designer. Was könnte das sein? Innovation ist vermutlich Schwerpunkt auf Forschung. Timedrice ist Geschwindigkeit. Code Jam. Klingt mir jetzt eher nach Technologie. Game Jam ist, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwas ausgeglichen ist. Wir probieren mal Game Jam. So. Erste Bewertungen sind da. Für Space Quest 2. Gutes Spiel. Okay, bin ich zufrieden? Die 7 reicht mir. Das ist, passt. Ne, achte mich natürlich auch mit. Wenn man es tagelang gespielt hat. Sehr gut. Game Hero. Star Games. Informed Gamer. Game Hero. Sie haben es geschafft. Einen schönen Ausgleich zwischen... Was? Einen schönen Ausgleich? Fandst du, oder? Ich fand das nicht. Aber gut. Zwischen Technik und Design zu schaffen. All Games. Na, dann war Gamer doch. Also der Typ mit dem Interview doch ein eigenständiger Offenbar. Ich hab gedacht, dass einer von unseren Review-Schreibern... Ja, okay, Freunde. Dann gibt's Geld. Ist mir recht. So, du bist unser Designer. Mach du mal Pixel Cup. Einfach, dass wir wissen, was das ist. Und? Und? Klingelingeling. 540.000. Immerhin. Rang 47.000. Okay, das war jetzt nicht so der Hit. Sehr mutige Bemerkung nach der Space Quest 2. Noch in der Entwicklung. Mal gucken, ob er extrem erfolgreich sein wird. Oh. Okay, ich hab's Maul zu weit aufgerissen. Sagt man uns durch die Blume. Ja, mei. Das kann schon mal passieren, ne? Ist ja noch nie vorgekommen, dass der Hobby's Maul zu weit aufgerissen hat. So, Request ist sehr wichtig. Ja, das haben wir ja. Das wissen wir ja. So, dann pass auf. Dann machen wir jetzt trotzdem eine neue Engine. Wir machen jetzt eine neue Engine. So. Ist der X. Sehr wohl. KI-Gefährten. Soundtrack. Stereo-Sound. Soundtrack. Soundtrack ist was eigenes, gell? Das kann ich da... Oder sollte ich drin lassen? Ja. So, dann ist das die Haube 5. Die Haube 5. Kostet 7.30.000. Geld. Stutz. Franken. Euro. Sucht euch was aus. Wie auch immer. Ha. Freunde. Merkt ihr was? Das ist unsere Vorgabe. Clara trennt zu Simulationen. Ja. Sum City lässt grüßen. Liebe Freunde. Sum City lässt grüßen, sage ich schon mal. So, ihr macht mal die Engine, ne? Die Herrschaften, die gehen jetzt mal in Urlaub. Dass die fit sind. Wenn die Engine fertig ist. So, die Plattform Dreamvast von Wiener ist draußen. Mhm. Ja, wie uns das freut. Wir können selber... Da ist jetzt auch so eine Konsole hier, ne? Wir können hier selber... Irgendwie gab es ja auch einen Redesign, habe ich den Eindruck. Oh, ist das Hospital-Tag oder Team-Hospital hier an der Wand? Oh mein Gott. Hilfe. 500.000 in die blöde Spiele-Engine. Neues Achievement. Ah ja. Nice. Neue Haube 5 ist fertig. Hm. Na dann. So, nicht schlecht, oder? Aber Freunde, das ist für mich Gelegenheit an dieser Stelle eine kleine Pause zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, dann greifen wir beim nächsten Mal wieder an. Ne, da werden wir dann Summstar machen. Als, äh, ja, hoffentlich weitere geniale Geldquelle. Lasst uns das ausprobieren. Wir werden ein großes Spiel machen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich für mal an dieser Stelle fürs dabei sein. Und freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal, ne? Bis dahin. Ne gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus. kepopentatetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetsetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet